Es gibt zwei Gruppen von Leuten, ich habe sie in meinem Leben nicht gesehen. Dann beschrieb er Frauen, die angezogen und doch nackt sind. Bedeutet, die Frauen in der Zeit vom Propheten SAW waren was? Waren sie so angezogen wie die Frauen heute? Obwohl das was für Frauen waren? Muslime oder Kafirat? Kafirat, trotzdem haben sie sich angezogen. Allah, heute hörst du von Leuten, wir sind aus der Neandertaler Phase herausgekommen. Wir machen nicht mehr, was die Ursteinmenschen gemacht haben. Und deswegen werdet ihr immer nackter. Die ganz früher waren nackt, haben keine Kleidung ab. Aber die heute sehen sich besser als die Neandertaler, aber was machen sie? Die sind noch nackter. Wenn sie könnten, würden sie ihre Haut abziehen, aber das geht nicht. Das heißt, wo seid ihr besser? Ihr seid wieder zurückgekehrt zum Neandertal. Zum Neandertalertum oder was sagt man? Zu dem Neandertal.